Okay, ich kümmere mich schon die ganze Woche um, JD. Jetzt ist mal eine von euch beiden dran. Na los, Schatz. Raus mit deiner neuen Generalausrede. Ich kann nicht. Ich hab ein Baby. Hey, ich hab auch meine Pflichten, okay? Ich mein, Keith und ich sind in einer Phase unserer Beziehung, in der Sex mich nicht anekelt und das würde ich mir gerne bewahren. Elliot, ich helfe JD schon seit zehn Jahren über emotionale Durchhänger hinweg. Ja, und ich musste mit ihm schlafen. Was sagst du jetzt? Ich würde vorschlagen, sie beide gehen raus und regeln das so wie früher, zu meiner Zeit. Mit Musketen? Wind von Rind! Schlipf in die Wettpfanne, Elliot. Ich dachte, die sollen wir tragen. Rein mit dir! Wer als letzter unten ist, muss sich um JD kümmern. Fertig? Los! Wuhu! Wir sind hier in einem Krankenhaus. Ich bitte um Ruhe. Nja! Oh! Oh! Beim Bettpfannenrinnen ist alles erlaubt. Mist! Was?